Kurze Einmeldung, Darko Chulinov wurde auf der Geschäftsstelle gesichtet, ein guter Kollege von mir hat mir das so weitergegeben, dem vertraue ich da auch blind, der wird dann da den Medizincheck machen, ich gehe dann davon aus, dass der heute oder morgen vermeldet wird und dann vielleicht sogar morgen schon trainieren wird. Ich meine, die meisten Medien haben da auch schon berichtet, deswegen das ist auch naheliegend, wollt euch da aber nochmal kurz updaten, dass ihr Bescheid wisst und ja, dann sehen wir uns morgen wieder zum Podcast, ciao.